Am Tag ihrer Geburt war ich in den Bergdörfern. Als sie sechs Monate alt war, im Gefängnis. Als ich zurückkam, hatte sie mich vergessen. Als sie drei Jahre alt wurde, trafen wir uns zwischen Bayonetten. Sie bot mir und den Gendarmen Kekse an. Als sie sechs Jahre alt war, klopfte das Kriegsrecht an unserer Tür. Ein Jahr kreiste ich zwischen Ankara, Istanbul und Diyarbakr. Als sie mich im Gefängnis besuchte, war sie mir böse, weil ich nicht nach Hause kam. Und als sie sieben Jahre alt war, ging ich ihr aus dem Weg und verließ meine Heimat. Jetzt ist sie acht Jahre alt. Sie kennt nicht die Gründe der Trennung. Sie kennt den Schmerz. Und alles, was geschah, ist für sie wie das Zerbrechen eines Spielzeugs. Sie kennt den Schmerz. Sie kennt den Schmerz. Sie lebt heraus. Sie kennt den Schmerz.